Okay, meine Damen und Herren, ich möchte gerne Ihnen etwas zeigen, das letzte neue Gitter von Ketco aus Amerika. Das ist ein Herdschutzgitter, wie Sie jetzt sehen, aber es ist auch ausgezeichnet, um ein Verteilungsgitter zu haben im Wohnzimmer oder ein Sicherheitsgitter, um die Küche mit abzusperren. Dieses Gitter, das letzte Modell bei uns, ist ein sehr gutes, gelungenes Modell und es wird jetzt geliefert, auch nach Deutschland. Ich werde mal einige Teile davon Ihnen zeigen. Erstmal, wie das System funktioniert, wie die Skanieren verarbeitet sind, wie Sie jede Einstellung können machen, die Sie möchten und drittes und letztes möchte ich Ihnen mal zeigen, wie besonders eigentlich unser Magnet-Tür ist und weswegen das auch so ein wichtiges Produkt ist. Die Montage ist eigentlich ganz einfach. Wie Sie hier sehen, gibt es zwei Ringen. Ja, und diese zwei Ringen, die kann man übereinander machen. Innerhalb dieser Ringen sitzen Zahnräder. Und jetzt kann ich das in jeden Winkel stellen, den ich möchte haben. Was wir zuerst mal tun, ist, wir stellen das hin, dass wir das richtig haben stehen. Ich möchte es so haben oder ich möchte es mehr in 90 Grad haben. In jedem Fall, wir stellen das um ein Herz oder in ein Zimmer. Nachdem wir das richtig abgestellt haben und sagen, so, so steht der richtig, brauchen wir nur dieser Kopf, auch mit Zahnrädern, draufzustellen. Ja, und dieser wird durchgedrückt. Jetzt werden die oberen Zahnräder und die unteren Zahnräder zusammen gemacht, bis ein Zahnräder und steht der stark und bewegt der eigentlich kaum noch. Da kriegt er auch seine Kraft davon, dass diese Zahnräder, diese Verbindung, schüssen das eine Teil und das andere Teil. Nachdem wir das Gesamtgitter hingestellt haben, wir haben diese kleine Zahnräder reingemacht, haben es festgestellt. Jetzt kommen wir auf die Tür. Die Tür ist eine der wichtigsten Innovationen, Neuigkeiten, die wir in letzter Zeit gemacht haben. Vor allen Dingen, weil wir wissen, dass etwa 60 Prozent von diesen Gitter werden genützt für die Küche oder eine Verteilungskitter im Wohnzimmer. Daher gab es eigentlich viel Traffic, viele Leute, die durch das Gitter hinlaufen und bei dem alten Modell war eigentlich die Frage, dass die Tür viel zu schmal wäre. Wir haben jetzt eine neue Tür gemacht und diese ist viel breiter als die sonstige Tür. Aber das ist nicht alles. Wir haben noch etwas dazu gemacht. Wir haben hier ein, hier in dieses Teil, haben wir ein Magnet reingepasselt. Das, wenn wir von jeder Stelle, die wir möchten, geht hier zu und vergrennt sich automatisch. Ja, das wird alles durch ein Magnet gemacht. Das geht niemals kaputt. Das bleibt immer funktionieren. Jetzt, wenn wir das Tür öffnen möchten, das geht mit einer Hand, kein Problem. Man braucht nur dieses Teil etwas zurückzuschieben, etwas heben, dann ist es auf. Stellt man das 90 Grad auf, dann bleibt die Tür stehen. Okay, wenn wir das ein Teil, dann wird es sich schließen. Aber, er schließt sich auch, wenn es nur 5 cm geöffnet ist. Es schließt sich immer. Daher hat dieses Gitter auch einen extremen Sicherheitswert. Das ist eine Erfindung von den Amerikanern, der sehr, sehr besonder ist. Und das macht die Ketco Gitter auch einwandfrei in seiner Klasse und ein sehr besonderes Gitter. Wir hoffen, Sie haben sehr viel Spaß mit unseres neuen Gitter.